So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke. Ich hatte ein Ziel und zwar euch den September-Kalender, die September-Übersicht zu präsentieren. Als Übersicht, als ganzen Monat, alles zusammen, in der schönen Übersichtskrafik auf Deutsch. Ich habe es leider nicht geschafft auf Deutsch, denn diese Übersicht ist auf Englisch. Das heißt, ich werde wieder hier sitzen, werde wieder rumstammeln und raten müssen, was ist das denn überhaupt, was da abgebildet ist. Trotzdem war mein Ziel, heute am 31.8. am letzten Augusttag die September-Übersicht zu bringen. Ja, man kann das alles auf der offiziellen Seite Stück für Stück jeden einzelnen Tag nachlesen, was da wie wo ist. Das ist so unübersichtlich und ich bin so enttäuscht von der Yentic, dass da jetzt einfach nichts kam. Meiner Meinung nach war es ein riesen Rückschritt. Die haben eigentlich immer am Anfang des Monats, haben sie so einen schönen Blogpost gehabt. Da standen die Raids, dann standen die Mega-Raids, dann standen die Spotlight-Stunden. Das war so schön, so wie sie es mit jedem einzelnen Event machen. Und im Inhalt vom Event war das auch für jeden einzelnen Monat immer. Das haben sie schon lange nicht mehr gemacht. Stattdessen gab es auf Twitter ja immer einfach dieses kleine Bildchen, was gepostet wurde. Was dann, naja, so klein war, wenn man es vergrößert hat, um drauf zu gucken, war alles verpixelt. Man konnte kaum noch was erkennen. Aber jetzt bleibt sogar diese Twitter-offizielle Übersichtsgrafik für den kommenden Monat aus. Es ist immer noch keine da. Morgen ist der 1. September, morgen ist Raid-Post-Wechsel. Die meisten haben immer noch nicht mitgekriegt, was kommt denn morgen jetzt in die Raids? Was gibt es generell im September für Raids? Was ist im Fünfer, was ist im Mega-Raid? Was sind die Spotlight-Stunden? Wann sind die Raid-Stunden? Gibt es da was zu beachten? Und Miku hat im Fanschat jetzt diese Grafik gepostet, die ich jetzt nehme und mich darauf beziehen möchte, damit ihr nochmal einen Überblick habt, komplett über den September. Angefangen im September natürlich mit dem Feldforschungsdurchbruch. Der steht hier ganz oben. Der ist ja komplett gleich die ganze Season über. Also auch im Oktober, November wird das genau derselbe Feldforschungsdurchbruch sein. Wir haben wieder sechs verschiedene Pokémon da. Ihr habt hier Galaporender drin. Ihr habt Lavita drin, Kindwurm, Zobiris, Quaff, Waff und Viscora. Alle sechs können Shiny sein. Ich finde Viscora ganz cool, da das ja jetzt neu als Shiny verfügbar ist. Ansonsten, Lavita und Kindwurm sind sehr starke, nützliche Pokémon. Sinn wäre jetzt mein Highlight trotzdem Viscora, sag ich mal. Weil das halt jetzt mit am neuesten eben ist. Was ist euer Highlight? Schreibt es in die Kommentare. Dann kommen wir zu den Raids. Denn die Raids ist ja das, was euch am meisten interessiert. Wie es weitergeht, nachdem der August so mega stark war mit den ganzen Proto-Raids. Mit allem, was da war, mit Mega-Rai Quasa geht es jetzt weiter mit zwei Ultra-Bestien. Und zwar Katagami und Karguron. Vom 1. bis zum 8. September bekommen wir Katagami. Dann wechseln die vom 8. bis zum 16. September und wir bekommen Karguron. Euch wird also nichts entgehen. Wir kriegen den besten Pflanzenangreifer Katagami vom 1. bis zum 8. Und dann dieses fette Metall-Klobürste vom 8. bis zum 16. Ich habe beide nicht als 100er. Ich bräuchte beide als 100er. Ich werde aber trotzdem nur den täglichen Pass machen, da die noch nicht als Shiny verfügbar sind. Auch jetzt nicht als Shiny eingeführt werden. Obwohl Katagami natürlich sehr stark ist. Eben der beste Pflanzenangreifer. Dann wird gewechselt vom 16. bis zum 23. Diese Übersichtskrafik hier ist zwar auf Englisch, aber man kann deutlich besser erkennen, was wie wo ist. Dann kommt Genesect. Mit dem Burndrive. Also das müsste das Flammenmodul haben. Genesect, 16. bis 23. September. Ist ein mysteriöses Pokémon. Kann man nicht tauschen. Wenn ihr da ein Shiny haben wollt, müsst ihr selber raiden und das bekommen. Ihr könnt es nicht tauschen. Andere Pokémon können jetzt sagen, hast du ein Shiny Sackrom für mich? Hast du ein Shiny Sackjahn für mich? Könnt ihr tauschen. Das könnt ihr nicht tauschen. Das müsst ihr selber raiden. Weiß ich jetzt gerade gar nicht, ob das Flammenmodul schon mal da war oder ob das das erste Mal ist. Ich glaube zwei Formen von Genesect gab es als Shiny bisher. Da wird auf jeden Fall ein Shiny Hand gemacht, wenn er so nicht da war. Ansonsten habe ich zwei Formen von Genesect als Hunder da. Die sind auf 50. Die reichen auch. Für mich das Beste. 23. September bis 6. Oktober kommen die drei Raubkatzen zurück. Entei, Suikun und Raikou. Ich habe Entei und Raikou als 100% Pokémon. Ich habe die nicht auf Level 50 gezogen. Ich habe keine XL. Ich werde die Zeit nutzen, wenn die da sind. Die XL voll zu machen. Die zwei auf Level 50 zu bringen. Ich werde gleichzeitig versuchen, Suikun am meisten noch mit zu raiden, da ich da auch die XL voll machen muss, da aber noch kein 100%iges habe. Da wäre es Zeit, weil die eben nicht mehr so oft kommen oder schon so lange weg sind, jetzt ein bisschen Hundo Hand auf Suikun zu betreiben. Wenn das nichts wird, dann ist Suikun auch ein weiteres Pokémon, was ich nachdem es dann aus den Raids raus ist, immer mal bei einem Lucky Trade nehmen würde, wenn ich die XL voll habe. Wen findet ihr am besten von den Raids? Ich persönlich freue mich also auf die drei Raubkatzen. Die sind eben genau zur gleichen Zeit da. Das wird auch ein bisschen kompliziert, wenn man das eine sucht und dann immer genau das andere aufgeht. Aber egal. Die sind auf jeden Fall da. Daraus resultierende Raid-Stunden. Am 6. September haben wir Katagami-Raid-Stunde. Am 13. September haben wir Karguron-Raid-Stunde. Raid-Stunden immer Mittwoch, 18 bis 19 Uhr. Am 20. September dann Geneseck-Raid-Stunde und am 27. September alle drei Raubkatzen in der Raid-Stunde. Ich möchte jetzt schon mal ankündigen, dadurch, dass ich Suikun als 100%iges brauche, würde ich wahrscheinlich am 27. September in der Raid-Stunde nur Suikun-Raids annehmen, dass ihr mich zu Suikun einladen könnt. Am Mittwoch in der Raid-Mania-Raid-Stunde. Das sage ich jetzt schon mal, das werde ich noch öfters mal sagen. Die XL für die anderen, die hole ich mir selber. Kein Problem. Es gibt natürlich wieder Mega-Raids, aber diesmal im Monat nur zwei Stück, weil die so lange da sind. In der Zeit, wo Katagami-Karguron da sind, also vom 1. bis zum 16. September, wird es Mega-Voltenso geben. Wer das noch nicht hat, nehmt es mal mit, entwickelt es mal. Das ist auf jeden Fall ein guter Elektro-Angreifer. Die Mega-Raids können auch immer shiny sein. Und dann vom 16. bis zum 6. Solange wir Genesekt und die Raubkatzen da sind, kommt Mega-Gadde-Waar. Mega-Gadde-Waar ist auf jeden Fall der beste Feen-Angreifer, meiner Meinung nach, der einfach mega übertrieben ist. Den habe ich auch jetzt gegen Evil-Tal benutzt die ganze Zeit. Der ist fett. Wenn ihr noch keins habt, holt euch Mega-Energie, sammelt da was zusammen. Wir werden sicherlich wieder Raids für Zuschauer machen, immer an den Wochenenden, Sonntag 10. bis 12 Uhr. Da ist sicherlich Zeit, euch auch mal in einen Mega-Raid zu werfen, dass ihr noch Energie für die zwei Raid-Bosse kriegt. Ansonsten habt ihr die Möglichkeit, eben die anderen Raid-Bosse bei Raids für Zuschauer zu raiden. Bei uns immer Sonntag 10. bis 12 Uhr. Während des ganzen Septembers gibt es an den Wochenenden, am Samstag und am Sonntag, aber auch Krypto-Rades diverse, plus eben Krypto-Zaptos als Shiny. Wie bei Arctos, wo man dachte, das ist den Juni, was dann Juni, Juli, August ging, wird Zaptos also September, Oktober, November da sein. Ihr werdet den ganzen September also die Möglichkeit haben, Krypto-Zaptos zu raiden. Spotlight Hours. Da haben wir am 5. September Felino mit Doppel-Entwicklungs-EP. Kann Shiny sein. Am 12. September haben wir Mankey mit zweimal Fang-Bonbons. Am 19. September Girafarig. Da steht nicht mal ein Name irgendwo dabei, das musst du ja im Kopf haben, musst du das. Girafarig mit zweimal Fang-EP und am 26. September Fulcano mit zweifach Staub fürs Fangen. Die Staub-Fangstunde finde ich wieder mal am besten. Ansonsten, Shinies sind vorhanden von Felino. Finde ich sehr merkwürdig, weil ja schon angeteasert wurde, dass wohl noch ein Felino-Seeday kommen wird in dieser Season, wo dann auch die Paldea-Form mit dabei ist. Jetzt kriegt es aber erstmal eine Spotlight-Stunde. Mankey finde ich cool als Pokémon. Fulcano finde ich cool als Pokémon sowieso. Generation 1 finde ich immer cool. So, was steht da hinten noch? Every couple of days a new showcase will be available. Es wird verschiedene Showcases geben, aber dazu gibt es noch eine andere Übersicht. Die kann ich euch vielleicht gleich auch nochmal zeigen, wenn wir hier fertig sind. Das waren an sich die Sachen, die im September auf uns zukommen, aber wir haben noch andere Events, nämlich vom 5. bis 10. September dieses Paldea-Event. Dazu habe ich heute 15 Uhr schon ein Video hochgeladen. Vom 10. bis 15. September gibt es dann den Ultra-Bonus zum Paldea-Event mit noch mehr Paldea-Pokémon. Da werde ich entsprechend kurz vor dem Event noch ein Infovideo dazu hochladen. Am 17. September wird es einen Miraplar-Forschungstag geben, wo ihr halt dann wieder rausgeht, Stopps dreht, rausgeht, Stopps dreht, dann Aufgaben bekommen, aus den Aufgaben Miraplar bekommen, in der Höhe der Shiny-Rade und dann drei Stunden Zeit habt, ganz viele Feldforschungsaufgaben zu machen, um ganz viele Shiny Miraplar abzugreifen. Ist jetzt kein neues Pokémon, ist auch nicht als Shiny neu da, ist jetzt nicht so wichtig oder so brutal, meiner Meinung nach. 20. bis 24. September wird es ein Psychospektakel-Event geben. Am 23. September kommt ein normaler Community Day, der jetzt am Samstag mit Glumanda, ist ja ein Classic. Am 23. September wird es dann einen ganz normalen Community Day geben, wahrscheinlich mit Mabula. Wird aber dann noch angekündigt, 27. September bis 2. Oktober. Out-to-Play-Event, was auch immer. Und am 30. September, am letzten Tag, ein Azuril-Hatchday, also Brüt-Tag, Brüt-Event. Das haben wir jetzt einmal gehabt bei Riolo. Ein Riolo-Brüt-Tag, wo man Eier brüten konnte, da gefühlt nur Riolo drin war, Riolo erhöhte Shiny-Rade hatte, das ein super geniales, starkes, nützliches Pokémon war. Aber jetzt Azuril-Hatchday würde mich absolut gar nicht interessieren. Das Pokémon hatte schon seinen GBL-Kampftag, wo es aus jedem Set rausgesprungen kam mit erhöhter Shiny-Rade. Das ist schon so lange im Spiel. Ja, das kann man natürlich für die GBL nutzen, da ist das okay. Aber Eier brüten, um das Baby zu bekommen die ganze Zeit, das ist Sindos Geld verpesten. Also hört auf damit, lasst das sein, konzentriert euch auf die anderen Sachen, wartet bis was Krasses da ist. Das war es in eure Highlights im September. Ich freue mich auf die Raubkatzen. Ich... Ja, das war es. Das war es auch von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Danke an Miku und Schande auf Niantix Haupt, dass die einfach keine offizielle Grafik rausgehauen haben zum jetzigen Zeitpunkt. Und deswegen, wie wir das jetzt hier genommen haben, um das noch vor dem 1. September rauszuhauen. Gute Nacht.